Community, heute spiele ich für euch Golden Light. Dieses Spiel ist ein Horror-Game, aber zugleich auch, ich sag mal so, Prop Hunt, falls es dem einen oder anderen etwas sagt. Die Monster hier in dem Game sind Gegenstände. Das heißt, die Gegenstände, die da irgendwo umher liegen, können sich auf einmal plötzlich zu Monstern verwandeln. Und das heißt dann für uns, Run Baby. Falls euch das Spiel natürlich gefällt, unten in der Videobeschreibung findet ihr natürlich den Link dazu, wie immer. Meine Schönheit, haben sie mich gerade so geblendet? Ich komm mal rüber. Moin moin, wie geht's, wie steht's? War das so unbequem, wie sie da sitzen oder nicht? So, sprich sie mal an. There is not any sunset, silly. The sun shines on earth all the time, even when it's hidden behind the horizon. So, the day and the night are bound together forever. They cannot be without each other. I wonder how that must be. To be together forever, yet always apart. We haven't gone out together for so long, my love. We can't uns anscheinend. Okay. We haven't gone out together for so long, my love. We haven't gone out together for so long, my love. We haven't gone out together for so long, my love. Okay. 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 Ich hab's verstanden. Und jetzt? Was ist das? Ah, eine Rose. Ah, da weiß ich doch schon gleich, was ich damit machen soll. Darling. Ich hab da was Schönes für dich mitgebracht. Ich hab da was Schönes für dich mitgebracht. Ja. Viel Spaß. Scheiße, es ist ja übelst dunkel hier. Vielleicht ist da unten ja Licht. Oh, Rainer. Floor zero. Okay. Boah, bist du das? Also, so wird das definitiv nichts mehr mit uns, ne? Das kann ich dir jetzt schon sagen. Alter, was ist hier passiert? Das ist ja ekelhaft. Äh, ich meine natürlich, äh, auf einer gewissen Art und Weise schön. Well, that's it, my love. Das ist sie. It took me away. It dragged me to its grave of meat. It put me under hundreds of locks. Will I ever see you again? Here in the death of the flowers of blood, it holds me with its red hot fangs. It says, just can't stop. But I'm still waiting for you. Here in the death of the flowers of blood, it holds me with its red hot fangs. Wiederholt sich grad wieder. Aber ich werde dich retten. Ich bin dein Ehemann. Denk ich mal. Ich weiß grad gar nicht. Ich kann meine Hände leider nicht sehen. Aber ich werde alles dafür tun, um dich zu retten. Du hast mein Versprechen. So, wir haben Gold gefunden. Warum findet man hier Gold? Nur mit zwei? Okay. That I have left. To whoever reached this. Weapon will not help. Just run away. Okay, wie schon gesagt, zum Anfang hin. Wir können... Also, effektiv ist es, wegzulaufen. Achso, das hab ich grad weggeschmissen. Weg. Oh. Wow. Oh. 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 Aber fang ich nur mal an zu sprechen. Okay. Ah, was ist das denn? Wow. Es lebt. Das hat sich doch grad bewegt. Ach, das ist ne... Das ist ne Map. Wie geil ist das denn? Okay. Dann... Eye with two fingers. Eye with fingers. Was ist das? Okay, wartet mal kurz. So, die Steuerung. Interagieren haben wir auf E. Sprinten, left shift, dash, space. Die Waffe wechseln haben wir auf Q. Die Waffe zu holz dann ist auf Q gedrückt halten. Dann reload weapon auf R. Change item ist mouse wheel. Use item ist F. Werfen ist T. Und attack yourself ist H. Warum sollte ich mich selbst zerstören? Kann ich das jetzt... Oh, warte mal. This is how much the God loves me. Okay, dann wollen wir das mal nicht verärgern. Eye with fingers. Effect unknown. Okay. Ich will das aber auch nicht benutzen. Ach, warte mal. Ich kann das wieder treffen, wie so ne Handgranate. So, mal gucken. Wir haben hier... Ähm, hier ist es ein bisschen irritierend. Und zwar, die Spitze zeigt nicht an, wo wir hingucken, sondern das runde Ding. So, hier haben wir ein Fragezeichen. Ach, hier. Ein Zettel noch. Und ein Bad Hat. Alter, auf WTF. Oh, Gott. Puh. The gut is a strange place. The walls here are constantly shifting. Items are changing. Yesterday, I ate a fish head. And it healed me. Today, I ate another one. And it poisoned me. Okay. Haben wir einen gesagt. Haben wir einen gesagt. Leute, falls mal einer weiß, wie ich diese komischen Dinger wegpacken kann, schreibt das mal bitte unten in die Kommentare. Ich habe gerade keine Ahnung, wie ich die wegpacken kann. Und ich will die nicht benutzen. Denn auf dem Zettel, wie gesagt, ansteigend können wir wahrscheinlich das hier essen. Oder was auch immer. Und es fügt uns einen Effekt hinzu. Entweder heitet es uns. Oder wir haben Arschkarte. Wow. Fish head. Hier sag ich. Da, tatsächlich. Siehst du saftig aus. So, wo sind wir? Da. Ich stehe mal mit der Ruhe. Mal mit der Ruhe. Alter, ich habe... Was? Don't believe him. Und wir... Sleepy Carl. Eine Axt mit drei Augen. Ist in Ordnung. Better kill the weapon. Kill the weapon. And it will stop. Burn you. Poison you. Bite you. Devoire you. Love you. Was? Kann mich jetzt die Waffe angreifen? If you take a check in the diary what it does. Once I pick the next. But it set me on fire. Bastard. Nein. Ach scheiße. Ich habe F gedrückt. Was ist passiert? I ate a fish head. My stuff with pet. Nein. Was habe ich getan? Alter, creepy as fuck. Mementos. Mementos. Give new powers. Or new problems. You never know. But I always pick them up. This way it's more fun. So, weiter geht's. Ey, warte mal. Ich habe da was vergessen. Mementos. Mit mirror. When you suffer. All suffer. Mobster. More powerful pistols. Hm. Ich mache more pistols. Das. Okay, das sind anscheinend jetzt Fähigkeiten, sag ich jetzt mal. Oder beziehungsweise Skills, die uns verstärken. Was ist das? Ah, nein. Fun. Fun? Irgendwas atmet dort. Fun. Ich habe hier. Ich habe hier ein Messer. Ich stoppe den Ex. Was? The gut hates you. Was? Warum? Ich nehme mal wieder die Axt. Ich habe keine Ahnung, warum sich das Ding beschwert. Boah, das sieht nicht gut aus. Boah, 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 scheiße, scheiße, alter. Ah, fuck. Boah, 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 boah. Was ist das? Alles einsacken, alles einsacken. Ist es jetzt weg? Ich sage es ja, Leute, Prop Hunt. Es ist wieder an seiner ursprünglichen Stelle, würde ich jetzt sagen. Wer kriegen da schon hin? Was haben wir hier? Ich habe es jetzt mit Gold gefüttert, glaube ich. Nee, das steht doch bestimmt auf, oder? Wo ist der Schlüssel? Wo ist der Schlüssel? Da! Ich habe den Schlüssel. Ich habe den Schlüssel. Ah, Computer, guck mich nicht so an. Okay, hier haben wir auch nochmal eine Map. Was ist das? Was ist das? Falls das jemand von euch weiß, schreibt mal bitte unten in die Kommentare, was das zu bedeuten hat. Hier regt sich gerade nichts. Das passt. So, wir müssen... Ja, da haben wir was zu gestern. Achso, den haben wir doch. Warte mal, nein, eine Sache fehlt da noch. Wow. Wir gehen raus. Oder ist das meine Frau, die schreit? Ich habe keine Ahnung. So, aber wir gehen... Wo war denn das Tor jetzt? Wir haben doch hier vorhin noch ein Tor gehabt. So, hier gehen wir rein. Runter, 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 runter. So, Floor, minus eins. Geil. Ah, guck mal, hier haben wir aber auch schon mehrere Fragezeichen. Ach, und hier müssen wir jetzt diesmal zwei. Okay. Space, Deutsch. Ah, okay, wir springen dann nach hinten. Wir springen nach hinten. Aber wisst ihr, was nervt? Dass diese Map so riesig ist. Man müsste das so machen, dass es ab und zu immer nur... Dass man es so einzeln herrufen kann. Zum Beispiel auf M. Wie jede Map. Nichts. Okay, alles tot. So, was haben wir hier? Golden Shooter. If there are no ammo, you shoot gold. Echt schlecht. Cigarette burn. Your skin is decorated with the scars and burns of childhood. You are used to pain, so you absorb some part of it. Hört sich fantastisch an. Sofort. Fisch hat repass weapon in hands. It smells awesome. Eat this to fix the junk in your hands. If you throw it, it will clear the area of poison, fire or rust. Okay, Fisch immer gut. Fisch immer gut. Wow. Wow. Oh Gott, ich hab dich grad nicht gesehen, Digga. Anscheinend macht es nichts. Was war sein Problem? Oh, ich weiß nicht, ob ich das Ding umarmen möchte. Ja, komm her. Excuse me. Have you seen our mother? She went into darkness. How long has it been? Ja, hier. Mama. Ah, der repariert meine Waffe. Boah. Danke. So. Wir müssen dahin. Da scheint wohl irgendetwas zu sein. Und zwar nur eine Tür. Guck mal, jetzt ist das jetzt ist das mit dem Punkt also beziehungsweise das grüne Ding auf der Map. Jetzt ist es richtig herum. Vorhin war es andersrum. Äh, okay. Was ist? Ah, wir haben den Schlüssel gefunden. Easy peasy. No problem for us. Eine Sache hab ich vergessen. Hier, warte mal. Hier um die Ecke. Jupp. Ey, wir haben schon zwei. Wir können wieder runterfahren. Ja, moin. Alles gut. Aber wir haben die andere Seite noch nicht kontrolliert. Da fehlt noch was. Oh, shit. Fat Lips. Okay. Eine, äh. Ein Chirurg brauchen wir anscheinend nicht mehr. Denn wir haben hier Fat Lips. Okay. Ja, die Frage ist, was können diese? Hier, mein Freund. Hier. Komm. Take it. Ach, guck mal hier. Ich hab jetzt irgendetwas mit Weapons stand da. Ich hab den jetzt bezahlt, damit er mir zeigen kann, wo die Waffe sich befindet. Wollen wir die Knarre nehmen ja, ne? Okay, wir haben hier aber nochmal einen 9. Den nehmen wir auch erst mal. Was ist das denn? Boah, ich weiß nicht, ob ich rauf gehen möchte. Wow. Okay, das sind Stacheln, Alter. Beziehungsweise Finger, die, äh, mich töten wollen. Ist jetzt hier ein Typ mit einer Kettensäge oder was ist hier los? Oh, vorsichtig, vorsichtig. Okay. Ist alles in Butter? So, hier haben wir ne Waffe. Jo, Mann. Wir haben Revolver, Leute. Sechs. Und zwölf. Äh, wir sind safe. Long Tongue. Long Tongue. Oh. Eine lange Zunge. Was ist denn das jetzt? Okay, es passiert nichts. Okay. I hate the fatty. Ja. Wollen wir gleich nochmal. Es passiert nichts. Weißt du was? Es passiert doch was. The gut. Hates mich schon wieder. Ey, sag mal, was ist mit dir los? Okay. Freunde, wir dürfen den Typen nicht verärgern. Oh Gott. Was ist das denn? Oh, geil. Okay, äh, äh, weg hier. Warte, eine Sache haben wir vergessen. Oh, lauf doch schneller. Bis das Ding kommt. Achso, das ist nur er hier. Oh, scheiße. Ai, 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 ai. Ja, sie ist ab, öffne dich. Runter, 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 runter. Ja, Freunde, wir sind im Floor Minus 2 angekommen. Falls euch das Spiel gefällt, unten in der Videobeschreibung findet ihr den Link dazu. Ja, Freunde, falls ihr mehr davon sehen wollt, lasst es mich wissen. Schreibt es unten in die Kommentare. Lasst ein Like da, lasst ein Sub da. Und wie gesagt, unten in der Videobeschreibung findet ihr den Link dazu, zu Golden Light. Es hat Spaß gemacht. Und bis zum nächsten Mal.